Du solltest nicht allein auf ne Party gehen. Nee, nehmt doch noch alle Freunde mit. Das Oktoberfest in Chemnitz mit KS erwachsen geworden. Zum 18. Geburtstag vom 1. Oktober bis 11. Oktober 2015 gibt's Christina Stürmer, Roland Kaiser, natürlich live mit Band und als Stargast Maite Kelly und Glaspellenspiel. Präsentiert wird das 18. Oberlausitzer Oktoberfest in Chemnitz von deiner Privatbrauerei Eibach. Vom 1. bis 11. Oktober in Chemnitz mit KS ist klar.